Drei Mädchen aus Deutschland gingen los ins große Land, sammeln für Hebammen auf der ganzen Welt, für Hebammen, denen der Beruf gefällt. Drei Mädchen sind auf dem Weg, um auch hier Spenden zu erhalten, was in jenen Augen erstrahlten. Denn sie hörten davon, dass noch viele Babys kommen, die gerne durch eine Hebamme begleitet werden möchten.